Yo, Freunde, was geht ab? Mein Name ist Jörg und willkommen auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute gibt es wieder Division Rivals Packs und Food Champions Packs von mir und natürlich von Abonnenten, ja. Wir haben schön im Stream die Food Champions Rewards aufgemacht. Ja, sehr viele sogar. Dankeschön erstmal dafür. Wenn ihr im Stream dabei wart, ja, schreibt mal das schön unten in den Kommentaren. Like das Video auf jeden Fall. Dankeschön für alles. Wir haben richtig schöne Karten gezogen. Ich habe auch ein bisschen Packlack gehabt. Zwar ein bisschen Minus gemacht, aber jetzt seht ihr halt alles im Video. Viel Spaß. Let's go. Food Champions Rewards können wir auch direkt abholen, Jungs. Und zwar Gold 2. Ich habe einfach bei Gold 2 gelassen. So, Spielerwahl. Spezialobjekte. Zwei Stück. So, wir machen jetzt die Luma 2 auf. Wir hoffen natürlich auf Mbappé oder so. Und wir ziehen hier... Ja. Geil, Digga. Aber... Können wir einfach mit dem 84er Rating natürlich. Wir werden eher jetzt Mbappé bekommen. Ganz gechillt. Ach du Scheiße. Mbappé. Die scheiße rote Karten, Digga. Ich ziehe, glaube ich, seit 2, 3 Monaten hier nicht. Mein Bester war, glaube ich, hier Dings hier. Wie heißt der nochmal? Timo Werner. So. Wir müssen jetzt nicht so viel quatschen. Ja, ich muss jetzt keine Spannung bringen. Wir werden eh nur Müll ziehen. Deshalb machen wir jetzt schön die 7 Packs hier auf. Ja, wir können auch später auch Player Packs oder sonst irgendwas machen. So, selten die Megapack. Megapack. Selten die Spielerpack. Komm, wir machen mal jetzt diese Drecks Megapack mal schön auf. Ja. Ja. Wir werden eh nichts bekommen. Oh, Padet. Das sollte er Megapack heißen. Ja, Digga, dieses Jahr. Und zwar glaube ich... So, seltene Spielerpack. Komm. Die Wechsel muss ich jetzt gleich mal wieder ab. Hey Digga, wir haben sieben Packs, wir werden eh nur Schrott ziehen. Megapack, Bruder. Megapack war das, genau. Sanchez. So, wir wechseln, wie gesagt, nochmal wieder ab. Seltene Megapack. Walkout, Kappa. Ja. Walkout. Alles klar, Bruder. David Luis. Ernst, ich bin richtig enttäuscht von Hasan Ali Kaldrim. Wann war das? Ich hab ihn, glaube ich, vorgestern wieder angeschrieben. Er hat wieder nicht zurückgeschrieben. Wann da? Da denkst du dir so, warum hast du jetzt diese 18 Spiele gemacht? Beziehungsweise über 18 Spiele und 18. Beziehungsweise, warum hast du jetzt 18 Siege gemacht? Ja, Seko? Einmal einen Walkout, Bruder. Wenn du auch einen 86er gibst. Einmal, dass ich... Wir lieben trotzdem EA, glaube ich. Oder, Jungs? Also, wir lieben trotzdem FIFA, wir lieben trotzdem EA. Ja. Ja, Jeko. Woll ich mit Münzen einmal aufmachen oder nicht? Schreib mal rein. Nein, nein. Mach. Ja. Mach nicht. Lade auf. Niemals. Ja, klar. Einmal. Ja, nein. Unnötig. Ja, nein, ja, nein, 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 nein. Jungs, kommt mal einfach. Einmal ein Chatpack geht, okay? Einmal Chatpack geht. Komm. Ich hab jetzt auf X gedrückt. Ich hoffe, es klappt. Ich komm. Ich hoffe, das steht jetzt nicht Dings hier. Ihr müsst hier um Gegenstände kümmern oder irgendwie sowas. Ich schreib mal einfach rein, ob ich Plus gemacht hab oder Minus. 20. Oh mein Gott. Kein. Niemals, Digga. Nicht mal ein Band. Bodeventura. Da sind wir wieder. Mit Points. Let's go, Digga. Chatpack is da. Wenn nicht. Ah, nein, nein. Plus oder Minus. Nach 20 Uhr ist es am besten. Hat ihr bestätigt. Ach, come on, Raphael, Alter. Guck mal. Ich hab so ein Gefühl, wir werden nur... Wir werden... Also... Ich weiß nicht, ja. LEDs? Ja, doch schon. LED wird schon kommen. LED wird schon kommen, Bruder. Ich bin auf Münzen. Du ziehst mit Coins. Ich hab mit Coins gezogen. Warum mit Coins? Ich bin so dumm. Ich hab mit Coins gezogen, ne? Ach. Hab ich schon? Hab ich schon? Ach, ich bin so dumm. Ach. Oh, mein Gott, Digga. Ey, ich mach mit... Ey, ich bin so dumm, ja? Warum mach ich mit Coins? Warum mach ich mit Coins? Weil, ey, ich bin so dumm, ja? Mein Gott, wallah. LED ist so... Zumindest LED. Aber ich mach mit Coins. Ey, ich bin so dumm, Buck. Ich bin... Harbi dumm. Einfach dumm. So, jetzt. Ronaldo und Heterosexuell. Alles klar, komm. Einfach schreiben, Minus oder Plus. Ich will keine Spieler sehen, Junge. Also, sehen sie im Chat. Einfach nur Minus oder Plus. Ich mach jetzt schön mit Münzen auf. Da kenn ich überhaupt nichts. Einfach. Nein, 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 nein. Und keiner soll mir jetzt im Chat schreiben, Seko öffne nicht mit Coins. Doch, ich mach jetzt. Ist mir völlig egal. 300k. Dann geht es weg. Ich mach jetzt. Digga, bis Warcourt kommt. Ich hab Wut gerade. Wut, Digga. Wut. Bruder, Daniel02, ich grüße dich. Wie geht es dir? Die müssen nur einmal Warcourt gönnen, Bruder. 6... Was sind 600k-Sets? Die wollen mich verarschen, Bruder. Jungs, die wollen mich verarschen. 6. Nummer 6. Ganz gechillt. 92er. Piqué. Komm am. Ist gut. Ist gut. Ist okay. Kann man mitnehmen. Wie viel? 100k. Ich hab... Okay, ich hab gerettet, Jungs. Plus, minus, null. Scheiß auf die anderen Facts. Wir haben zwei Minus gemacht. Egal, wir haben Piqué gezogen. Volt 3. Jetzt kommt ein Mbappé, Jungs. Ganz gechillt. Ja. Paderborn, Dortmund. Komm. Heide. Ankara, Messi, Ankara, Messi. Jetzt kommt Mbappé, Jungs. Mbappé. Fast. Benteke. Reus kommt jetzt. Wieder Benteke. Samba. So, was haben wir gekriegt? Das sind, glaube ich, Gold 2 Packs. Gold 2 Rewards, glaube ich. Oder er wollte uns nicht. Oder Gold 3. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich glaube, Gold 3. Der hat einfach nur Müll gezogen. Und wir kriegen hier... Guance. Der wird Meister. Ich glaube, Dings hier. Basak Scher, Bruder. Diego Carlos und Ben Piqué. Ach, du Scheiße, Digga. So, Gold 2 Packs. Da macht er so schnell auf, Digga. Da ab. Freue ich mich, Ederson. 87er. Da nimmt der denn mit, Alter. Jetzt kommt ein Marco Reus. Männer. Mina. Warte mal. Was hat er geschafft? Gold 3? Krass, Alter. In Form. Ja, 77 oder so bestimmt. Hat wie eine Flagge, Digga. Was ist das? 76, 77? Oh, 82. Auf Ehre. Alle mal schön like. Bruder, wenn du willst, geh raus von FIFA. Starte Sailor Moon, Digimon. Trotzdem wirst du keinen Warcode bekommen, wollte ich sagen. Aber er hat Warcode bekommen. E-Müll. E-Müll, Digga. Müll. Ja, ist okay. 89, oder? Ja, ist okay. Zwar von Rating her, 9,8 ist gut. Aber mit David Silva kannst du nichts anfragen, Bruder. Aber egal, immerhin, nach 50 Packs oder so, haben wir einen Warcode gezogen. Ist okay. Ja, nur 50. Sehr wichtig. Ja. Drop Token. Wichtig. Achso, FIFA 20. Ja, also, ich weiß nicht, wie ich das ganz genau mache. Also, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, das ist Go-Field. Auf jeden Fall, Türksch-Liga kommt. Ich habe so ein Gefühl, er wird etwas krasses ziehen jetzt, ja. Ach, Schrott. Schrott-Packs. Lasst alle nochmal ein Abo da. Komm, Digga. Thailand. Nicht warten. Junge, Junge, Junge. Ja, ja, ja. Ey, das ist ein Siegelzahn. 87. Läuft bei dir, Bruder. Läuft bei dir. Mbappé noch? Das ist nicht schlecht. Das ist okay. Ich war mal Abonnent, aber... Achso, ist ja ein Workout oder so. Jetzt kommt Ibra Kadabra. Da ist gut. VIA. Besser Spieler, glaube ich, sogar. Nach Ibo, ne? VIA. Starke Hase, Mann. David VIA. Mika, du hast auch seit zwei Stunden hergeschrieben. Número 1. Wir ziehen nicht mal den, Alter. Basakscher, habe ich auch vorhin gesagt. Und 87er. Hemdele. Hemdele. Haben wir gezogen. Ist gut. 87. Mann, der hat auch gute Werte, hä? Abschluss. Wie viel Neustadt haben wir, Alter? Digga, der hat gute Werte, ey. Warcodes. In Form. Frankreich. Stürmer. Mbappé. Oh. Eiaiaiaiaia. Dicker. Ach, du Scheiße. Ey, EA hat einfach nicht gegönnt, gerade, ne? Ey, EA hat einfach nicht gegönnt, gerade, ne? Komm, sechs Packs, öffne dich, Eifer. Bam. Jetzt ziehen wir eh zwei, drei Warcodes. Guck. Da fangen wir an. Jetzt in Form. Yo. danke schön komm jungs da kommt jetzt kommt die gar inform frankreich so so 200 125 kpx 225 kpx heide ich hoffe du ziehst was krasses wurde ich hoffen wo Gott erst mal kommt blau kann nur schrott werden na was kannst du direkt weiter skippen na was das ist doch kacke mit sänftiger 125 kpx komm digga mach wieder flashback opening zwei stücke in thailand da kommt blau inform heide frankreich stürmer schade man ehren ehren man jetzt die elite packs jungs die besten guten die besten packs kommt auf jeden fall online schade komm digga ich gönn dir komm ich hoffe wir ziehen was krasses dicker ich hoffe so spielbar ist so ein mbp wir haben die gleichen gewährleistung ich küsse dein herz oder irgendwie kriegen gleich spieler was ist das dicker okay da können die kommen blau kann nur schlecht sein oh grise waren 89 ist okay er sollte geil 2 89er ist killer glaube ich war das wo Gott komm frankreich franzose stürmer franzose stürmer mbappé betoni 577 save call elite 3 packs come on digga wie man mod werden kann bruder da muss aktiv am stadt kommen nur die gleichen sachen alter gleich komm hamdallah 87 so 125 kpx komm work out blau brasil schade man er hat davor kurz gebeten modric mein freund waren schrott ganz gechillt 45 beats und dann die besten packs sein und dann wieder ein workout blau die gönn dir schalter brasilien ah tiago machen die erste 87 oder muss los komm jetzt kommt hamdallah 86er cericoo caol süß sie rischio ate caol mal ihr sie